mein ziel wäre es bis level 43 zu leveln ich hätte auch eine möglichkeit gut zu leveln der immer anders wird oder im jeweiligen rohr zu lange verweilen bis ich sehe nicht hier ist er nicht auch noch hier haben wir jetzt auf den vogel bekommen ich glaube ich glaube vom geld kaufe ich meine beste kämpfen dann gegen die die noch ausstehen das gibt es durch 70.000 punkte durch 45.000 punkte dass seine stufe um eins erhöht also die gibt es auch hier so zu kaufen riesen dämon statu wird nämlich zeit abzurechnen gucken wir mal unser level sind eigentlich schon in der nähe von 30 also müssten die kein problem sein hier oben gibt es ein rüstung ein waffenladen ich sollte von jeder klasse die mich interessiert der waffen kaufen und nicht nur zum beispiel gibt es hier spitze schuhe für 17.500 mark die frage ist sollte ich nicht lieber erstmal auf wäderschuhe gehen es ist nämlich weniger teuer wenn ich davon 5 4 kaufe dann haben wir halt schon fast das ganze geld weg ich glaube wir gehen auf das nächstbeste ich glaube wir gehen auf das nächstbeste da ist 5000 das nächstbeste hier ist alles nie nicht herzlich aint ja die aus den Nebenmissionen kann man ja auch einladen ich wusste den Orten wo die Nebenmissionen sind einfach zurück haaaah, manche kann ich nicht einladen, bei der Nägel ist mir nicht gut ich habe nicht die Zeit gut ich bin nicht die Zeit So kann man später auch gut Geld machen, weil das ist der abgekürzende Kampf, kann man sagen. So, Mützen haben alle eingedeckt. So kann man nicht sterben. Danke. Ich glaube, ich wollte gerade das, was ich wollte. Danke, ich habe es mit mir geholfen. Danke, ich habe es mit mir geholfen. Aloha! Vielen Dank. 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 Ich glaube, das ist so schön, dass ich mich nicht mehr so fühle. Das ist doch beschissenstes. Wie im echten Leben. Sie können mich nicht mehr schicken. Sie können mich nicht mehr schicken. Oh. Ah! Nein! 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 Komm schon! Oh. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das ist gut. Aloha Thank you very much Oh Eine Aloha Katze Oh 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 Okay Now You can see Let's move You can see Let's move Diese Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Das war's für heute. Oh, look up that way. Oh, look up that way, Susan. Hi! Aloha! Oh, look up that way. Thank you! Hey, what's good around here? Sweet. I am. Different time, but did you agree he's made with us? No more not to! I'm not. Oh, look up. Let's go! ... ... Das war's für heute. Das wird am nächsten, wenn würd ich das nehmen. Das hat aber leider kein Element mehr. Aber man kann nicht ein Element drauf klatschen. Das ist mir da schon wichtiger. Das sind nur plus sieben. Das andere scheint hier auch ein. Das ist nicht so schlimm. 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 Vielen Dank. 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 Ich verstehe, ich kann noch nicht mal alle warten. Ich brauche mich hier ab, so wie ich bin. Ich brauche immer wieder. Ich brauche dich hinzu. Ich brauche dich, ich brauche ihn zu. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Diese Option finde ich in diesem Spiel jetzt Hier 1 muss ich dieses Glücksspielding mitmachen, damit wir die Glücksspieldinger falsch halten Das war's für heute. Das ist auch leicht verdientes Geld eigentlich. Das ist auch leicht verdient. Das war's für heute. Nöge Stuttodonk Irgendwann lade ich natürlich nur die, die sich lohnen Sate Sate Profis